Hallo liebe Nähfreunde, in diesem Video nähe ich mit euch ein feminines Damenkleid mit einem V-Ausschnitt und einer charmanten Drapierung. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Shirtvariante mit diesem Hingucker-Ausschnitt nähen. Beide sehen toll aus einem weich fließenden Jersey aus und werden super festlich, wenn ihr einen Stretch-Samt oder Glitzerstoff verwendet. Bevor ich euch zeige, wie der Ausschnitt mit diesem Wow-Effekt gelingt, abonniert noch meinen Kanal und schenkt mir gerne ein Like. Bis gleich! Das Schnittmuster für das Kleid bekommt ihr auf unserer Webseite unter diesem Link. Es enthält einen Ballonärmel in zwei Längen sowie einen normalen, glatt anliegenden Ärmel in drei Längen. Das Kleid ist durchgehend geschnitten, leicht talliert und wird am Rücken mit Abnähern in Form gebracht. Unser Schnittmuster für das Shirt enthält dieselben verschiedenen Ärmelvarianten, ihr bekommt es unter diesem Link. Damit die Drapierung am Ausschnitt schön fällt und am Bauch nicht aufträgt, solltet ihr in jedem Fall einen weich fließenden Jersey, zum Beispiel aus Tencel, Modal oder Viskose verwenden. Auch Stretch-Samt oder Polyester-Jerseys sind empfehlenswert. Passend für dieses Nähprojekt haben wir eine schöne Stoffauswahl für euch auf unserer Webseite. Für die Anleitung habe ich die Schnittteile für das Kleid mit langen Ballonärmeln aus einem gemusterten Viskose-Jersey hier schon einmal vorbereitet. Wir benötigen ein Vorder- und ein Rückenteil, beide werden im Bruch zugeschnitten. Hier müssen jeweils Markierungen übertragen werden. Am Vorderteil die Nahtecke für die Drapierung. Ich lege das Schnittteil auf die linke Stoffseite auf, zeichne den Punkt mit einem Markierstift an, steche mit einer Stecknadel hindurch, um den Punkt auch auf der anderen Hälfte zu markieren. Ebenso habe ich die vier Markierungen für die Abnäher am Rückenteil angezeichnet. Aufgeklappt sieht das beim Rückenteil so aus und beim Vorderteil so. Weiter geht's mit den Schnittteilen. Wir brauchen auch den schmalen Ausschnittstreifen sowie ein Ärmelpaar, hier in diesem Fall die langen Ballonärmel mit Bündchen dazu. Diese werden anhand von Maßangaben zugeschnitten. Beginnen wir mit dem Nähen. Das Shirt wird bis auf die Rückenabnäher genauso gearbeitet. Wenn ihr euch also für diese Variante entschieden habt, könnt ihr den ersten Schritt überspringen. Das Rückenteil des Kleides falten wir jetzt jeweils durch den oberen und unteren Abnäherpunkt, fixieren das mit Nadeln und stecken die beiden mittigen Punkte genau zusammen. Damit der Abnäher oben und unten schön schmal ausläuft, beginne ich jeweils in der Mitte und nähe erst die eine und dann die andere Seite. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Strecken auch zuvor mit einem Markierstift anzeichnen. Hierfür kommt jetzt meine Yuki DX7-Nähmaschine zum Einsatz. Sie ist super vielseitig und hat einen tollen Stofftransport, der auch bei Jersey-Nähprojekten immer zuverlässig arbeitet. Im weiteren Verlauf werde ich unterschiedliche Garne von Gütermann nutzen. Und zwar hochwertiges Allesnähergarn, Overlockgarn aus recyceltem Polyester und für die Säume dann elastisches Maraflexgarn. Ich beginne also hier am Mittelpunkt und halte die Fäden fest, damit sich auf der Unterseite kein Fadenknäuel bildet. Ich lege die Falte so, dass ich genau gerade auf dem Punkt zusteuere. Der letzte Stich ist genau im Punkt. Ich nähe einige Stiche darüber hinaus. Für die zweite Hälfte drehe ich das Teil um. Und starte genau wieder am Mittelpunkt. Das Nahtende lasse ich wieder auslaufen. Auf diese Weise habe ich jetzt beide Rückenabnäher genäht und die Abnäherinhalte jeweils zur hinteren Mitte hin umgebügelt. Die Fadenenden habe ich stehen gelassen. Ihr könnt sie verknoten, wenn ihr wollt. Meiner Erfahrung nach ist das nicht nötig. Nun geht es weiter mit dem Vorderteil. Beim Shirt ist dies der erste Arbeitsschritt. Zuerst legen wir vier kleine Falten und zwar anhand dieser Knipse hier. Eine Falte besteht aus je drei Knipsen. Der unterste Knips muss auf den obersten gelegt werden. Die rechte Stoffseite liegt oben. Der Faltenbruch zeigt jeweils zum Ausschnitt hin. Mit Stecknadeln werden die Falten fixiert. Ebenso auf der anderen Seite und wenn alle Falten gesteckt sind, werden sie mit Hilfsnähten fixiert. Ich nähe die Falten von unten nach oben fest mit etwa 5 mm Abstand zur offenen Kante. Diese Hilfsnähte müssen nicht super genau sein. Wichtig ist, dass sich die Falten nicht verschieben. Und auf der anderen Seite. So sehen die festgenähten Falten aus. Als nächstes klappe ich das Vorderteil mittig rechts auf rechts und steche mit einer Stecknadel durch den Punkt, um den auf der anderen Seite genau zu treffen. Dies ist der Eckpunkt für die nächste Naht. Dafür habe ich die Kanten hier mit Nadeln zusammengesteckt und nähe diese Strecke mit 0,7 cm Nahtzugabe und wieder einem Gratstich zusammen. Hier steche ich genau in den Eckpunkt, und drehe das Teil. Wenn diese Naht fertig ist, schneiden wir die Nahtzugabe bis kurz vor die Ecke etwas ein und wenden dann diesen kleinen Schlauch. Unter dem Schlauch treffen die Falten aufeinander. Im Schlauch lege ich die Nahtzugabe mittig. Ich falte ihn zur Hälfte, wobei die Naht innen liegt, und fixiere diese Strecke mit einer Hilfsnaht. Das sieht dann so aus. Das vorbereitete Vorderteil legen wir jetzt rechts auf rechts auf das Rückenteil, um es an den Schulterkanten zusammen zu nähen. Dafür habe ich diese hier schon aneinander gesteckt. Diese Nähte nähen wir mit einer Nahtbreite von 0,7 cm an der Overlockmaschine. Ich verwende meine Yuki MO2500 Sumato mit dem praktischen Kniehebel. Bei diesem flutschigen Stoff ist es hilfreich das Differential zu erhöhen, damit die Stoffkanten beim Nähen nicht ausgedehnt werden. Wenn beide Schulternähte geschlossen sind, geht's mit dem Ausschnittstreifen weiter. Dieser wird zunächst an den kurzen Enden rechts auf rechts mit einem Geradstich und 0,7 cm Nahtzugabe zusammengenäht und im nächsten Schritt rechts auf rechts anhand der Knipse an den Ausschnitt gesteckt. Dafür habe ich das Kleid gewendet und beginne an der Schulter. Hier treffen beide Nähte aufeinander. Weiter geht's mit den nächsten Knipsen. Dieser Knips trifft auf die Naht an der vorderen Mitte. Wenn der Streifen rundherum festgesteckt ist, nähe ich ihn mit der Overlock an. Versuch den Stoff möglichst locker zu halten und nicht zu dehnen. Dann geht's mit den Stoffkanten. Jetzt geht es mit den Stoffkanten. Jetzt geht's mit den Stoffkanten. So sieht der angenähte Streifen aus. Jetzt wird er um die Nahtzugabe herumgeklappt und diese ins Innere und dort festgesteckt. Das Ganze mache ich rundherum. So ist jetzt alles festgesteckt und nun können wir uns entscheiden, ob wir den Streifen auf der Innenseite annähen, um hier die Kante gleichmäßig zu treffen oder wir nähen auf der Außenseite, um hier ein etwas schöneres Nahtbild zu erhalten. Ich entscheide mich dieses Mal für die Innenseite. Ich beginne jetzt am Rückenteil und achte darauf, dass die Bandbreite auf der rechten Seite schön gleichmäßig bleibt, ebenso der Abstand der Naht zur linken Kante. Hier ist es wieder wichtig, den Stoff nicht zu dehnen. Schaut mal, ob ihr bei eurer Nähmaschine den Nähfußdruck etwas verringern könnt. Und so sieht der versäuberte Ausschnitt aus. Falls bei euch die Kante doch etwas ausgedehnt und wellig sein sollte, zeige ich euch jetzt, wie ihr das mit Bügeln wieder in Form bringen könnt. Zieht die wellige Kante zum Bügeln nicht auseinander, sondern verteilt die Wellen schön gleichmäßig. Geht dann mit Dampf sanft darüber und bügelt nochmal ohne Dampf trocken. Lasst den Stoff anschließend gut abkühlen. Weiter geht's mit dem Zipfelchen hier. Das mit einer Hilfsnaht zusammengenähte Ende habe ich hier schon mit einer Overlocknaht versäubert. Die Fadenraupen ziehe ich mit einer Fangnadel ein, eine stumpfe Sticknadel wäre eine Alternative dazu. Die Schlaufe liegt jetzt glatt, mittig auf dem Ausschnitt. Die Öffnung zeigt zu dieser Seite, könnte auch auf die andere Seite zeigen, das ist egal. Wichtig ist, dass sie im oberen Bereich bündig gefaltet ist. Jetzt messe ich 4,5 cm von oben ab. Das ist genau die Stelle an der die Schlaufe um den Ausschnitt geschlagen wird. Also stecke ich sie hier genau mittig auf der darunterliegenden Naht fest. Jetzt klappe ich den Ausschnitt auf und lege das Schlaufenende mittig auf die Naht. Und stecke das von rechts fest, denn hier fixiere ich die Schlaufe im Nahtschatten. Ich nähe exakt auf der Mittelnaht im Bereich der unteren Falte ein paar Stiche vor und zurück um das Schlaufenende zu fixieren. Nun entferne ich gleich die zweite Nadel und nähe auf der Ausschnittkante das darunterliegende Schlaufenstück fest. Dafür drücke ich das äußere Schlaufenteil beiseite. Schauen wir uns noch einmal an, was wir gerade gemacht haben. Zum einen wurde das Schlauchende mit einer kurzen Naht im Nahtschatten fixiert. Zum anderen haben wir den Schlauch innen am Ausschnitt festgenäht. Diese Naht ist nur auf der Innenseite sichtbar. Jetzt sind die Ärmel an der Reihe. Bei den Ballonärmeln werden zunächst die Säume gekräuselt und die Bündchen angenäht. Wenn ihr die normalen Ärmel gewählt habt, könnt ihr hier die Saumkante zwei Zentimeter auf die linke Stoffseite umbügeln und zum Einnähen vorspringen. Zum Einkräuseln der Säume bei den Ballonärmeln nähe ich hier zwei Nähte mit maximaler Stichlänge. Am Anfang und Ende lasse ich die Fäden lang stehen und beginne mit der Naht etwa 1,5 Zentimeter von der Kante entfernt. Sie verläuft mit drei Millimetern Abstand zur Kante. Und jetzt die zweite Naht mit 7 Millimetern Abstand. Auch hier lasse ich am Ende wieder die Fäden lang stehen. So sehen diese beiden Kräuselnähte auf der Rückseite aus. Mithilfe einer Pinzette verknote ich die Fäden an dem einen Ende. Am anderen Ende ziehe ich an den Unterfäden, um den Ärmelsaum auf die Strecke des Bündchens einzukräuseln. Habe ich diese Länge erreicht verknote ich die Fäden wieder mit der Pinzette und verteile die kleinen Fältchen gleichmäßig. Um die Kräuselung für das Nähen zu fixieren, könnt ihr sie überbügeln, jedoch nur im Bereich der Nähte. Nun könnt ihr euch aussuchen, ob ihr den Ärmel direkt an das Shirt bzw. Kleid annäht, um dann später an den geschlossenen Ärmelsaum das Bündchen anzunähen, dies sorgt für eine schöne Innenverarbeitung. Oder ob ihr so wie ich das Bündchen an den offenliegenden Ärmel annäht, dies lässt sich leichter händeln. Hierbei wird der Ärmelsaum zunächst links auf rechts an eine Bündchenseite angenäht. Dafür habe ich ihn hier schon gleichmäßig verteilt festgesteckt. Die Nahtzugabe beträgt einen Zentimeter. Die Naht verläuft jetzt neben den Kräuselnähten. Musik 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 Das Bündchen ist auf der Innenseite angenäht, jetzt klappe ich es um, falte es zur Hälfte und stecke den Bruch an der vorherigen Naht fest. Wenn das getan ist, nähe ich es knappkantig fest. Um den Nahtbeginn an dieser dicken Stelle zu erleichtern, lege ich ein gefaltetes Stück Stoff unter den Nähfuß. Die Naht verläuft knappkantig auf dem Bündchen und ich achte darauf, dass es die darunterliegende Naht verdeckt. Musik 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 Und damit ist der Saum des Ballonärmels fertig. Im nächsten Schritt stecken wir die Ärmel anhand der Knipse rechts auf rechts an die Armlöcher des Shirts beziehungsweise Kleids. Hier am Vorderteil treffen die beiden Doppelknipse zusammen. Musik Dieser Knips kommt an die Schulternaht. Wenn die Ärmel auf beiden Seiten festgesteckt sind, nähen wir sie mit der Overlockmaschine an. Haltet die Stofflagen schön locker und achtet darauf, dass die Kanten bündig liegen. Beide Ärmel sind angenäht, als nächstes werden die Seitennähte geschlossen. Dafür habe ich hier die Kanten schon rechts auf rechts zusammengesteckt. Bei den schon fertig gesäumten Ballonärmeln ist es gut, hier die Stelle schon vorab mit der Nähmaschine zu nähen, damit sich bei der Overlockmaschine die Lagen nicht verschieben. Ich beginne mit der Naht am Saum. Was ist das? Bei dieser Nahtkreuzung hebe ich den vorderen Teil des Nähfußes an, um den Transport zu erleichtern. Auch hier hebe ich wieder den Nähfuß an. Beide Seitennähte sind geschlossen, mein Kleid ist gewendet und bei den Ballonärmeln habe ich die Fadenraub mit der Fangnadel wieder eingezogen, die Nahtzugabe jeweils zur Seite gelegt und festgesteppt. Wenn ihr das Bündchen noch annähen müsst, dann schließt es jetzt zu einem Ring und näht es wie vorhin gezeigt erst innen und dann außen an. Bei den normalen Ärmeln fehlen jetzt noch die Säume, ebenso natürlich der Shirt oder Kleidsaum. Dieser wird zwei Zentimeter auf die linke Stoffseite umgebügelt, das habe ich hier schon gemacht und außerdem die Kante mit einer Overlocknaht versäubert, da ich den Saum mit dem elastischen Maraflexgarn nähen möchte. Alternativ könnt ihr dafür eure Covermaschine verwenden oder die Naht mit einer Zwillingsnadel nähen, dann müsst ihr die Kante nicht vorher versäubern. Ich habe das Garn sowohl oben eingesetzt, als auch auf der Spule eingefädelt und die Fadenspannung etwas verringert. Ich nähe mit 1,5 cm Abstand zur Kante. Ich nehme die Kante. Der Saum ist fertig und ich habe ihn noch einmal übergebügelt. Jetzt bin ich bereit und freue mich drauf, mein neues, selbst genähtes Kleid auszuführen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen und danke euch schon mal für eure Kommentare und hoffentlich für eure Daumen nach oben. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Nähvideo.